Jetzt aber zwei junge Künstler aus Holland, die man bisher bei uns noch nicht so gut kennt. Vielleicht wird sich das nach dieser Sendung ändern. Balland and Balland und der Titel, den wir jetzt hören, heißt Uh La La. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt wieder etwas österreichischer Nachwuchs.